Ein Versuch ist kein Problem, oder? Wie ein Versuch? Du musst nur stehen bleiben. Oder bleib einfach stehen. Du darfst nicht weg! Du musst doch bleiben! Ich hab doch gesagt, du sollst stehen bleiben die ganze Zeit. Du musst nur stehen bleiben. Stehen bleiben. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe mir heute wieder eine fantastische Challenge für Bianca und für Kahn überlegt. Ihr seht, ich stehe hier vor unserer TikTok-Wand. Wer uns auf TikTok folgt, spielt mit mir unter Strich official. Der weiß, dass wir hier meistens unsere TikTok-Videos aufnehmen. Und heute werden das vielleicht ein paar mehr. Aber Bianca und Kahn haben jetzt nicht so viel Zeit und vielleicht auch nicht so viele Versuche. Okay, sie haben exakt einen. Ich habe sieben Videos, die die beiden aufnehmen müssen, wofür sie jeweils nur einen einzigen Versuch haben. Ich möchte dann noch mal daran erinnern, dass ich in dieser einen Challenge ein TikTok-Video, ein Tanz-TikTok-Video, beim ersten Versuch aufnehmen musste. Und das musste hochgeladen werden. Ich fand das recht peinlich. Und das ist meine Rache heute dafür. Und ich würde die beiden jetzt holen und dann können sie mal zeigen, was sie können. Hi Bianca. Du musst dich jetzt hier hinstellen. Hallo. Stell dich mal hin. Kannst du dich noch erinnern an das Video, was du mit Kahn zusammen mal gemacht hattest? Da habt ihr was gelipsingt. Das ist das meistgesehene Video auf unserem TikTok-Account. Ja. Nee. Stimmt. Das musst du jetzt noch mal machen. Und da du ja sowieso schon weißt, wie das geht, hast du nur einen Versuch. Ist kein Problem, oder? Wie, einen Versuch? Also ich darf das beim ersten Mal, ohne dass ich es mir anhöre? Ja, genau. Das musst du jetzt machen. Okay. Das ist übrigens die Challenge heute für euch. Ihr bekommt heute noch einige solche Videos, die ihr dann einfach direkt machen müsst. Ah, okay. Nimmst du die Challenge an? Ja, na klar nehme ich sie an. Ich wollte erst mal gerade ankommen. Aber ja, ich nehme sie natürlich an. Darf ich es mir einmal anhören wenigstens? Du darfst dir so oft anhören, wie du möchtest. Ich erzähle erst mal, wie viele Likes das hat. Wahnsinn, Leute. Das ist das Video, was bei uns am häufigsten angeschaut wurde. Du machst eine Position und ich tue einfach so. Du kannst es so, wie du möchtest. Ich filme dich so, wie es dir passt. Ja, es ist der First Try. Du kannst auch schneiden zwischendrin, wenn du das möchtest. Du. Hau durch. Bianca zieht durch. Alles klar. Aber mach bitte einen Timer an. Ja. Warte, was geht das los? Ja, warte. Warte, stopp. Es ist ja blöd. Also das ist ja, dass es beides zwei Personen sind. Also wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir das schnippeln. Ja, damit du dich anders und deshalb sagst. Ja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, am Anfang sagt er ja, nee. Genau, okay. Dann mach da kurz, genau. Dann mache ich das zuerst. So, geschafft. Okay. Ich guck es mir an. Okay. Lassen wir mal durchgehen. Äh, ja. Okay. Ich muss sagen, für den ersten Versuch ist es okay geworden. Kriege ich noch mehr Aufgaben? Macht Kahn eigentlich auch was? Ja, ja. Der macht auch was. Auf den warten wir nur. Auf den warten wir. Ja. Ich bin gespannt, dass er so viele Aufgaben kriegt. Ja, er hat es auch geschafft. Was macht ihr hier? Eine Challenge. Okay, was für eine? Du bist genau so ins kalte Wasser. Also warte, stopp. Das sieht für mich nach TikTok aus. Richtig. Du wirst genau so ins kalte Wasser geworfen wie Bianca. Aber das ist cool. Bianca, geh mal kurz zur Seite. Okay. Du geh mal da hin. Ja. Ja. So, Kahn, was ist eigentlich so der schlechteste Witz, den du so kennst? Warte, ich geh mal weg hier. Den wirst du jetzt gleich sehr, sehr glaubhaft erzählen. Der schlechteste Witz kann es gar nicht sein. Aber ich habe tatsächlich gar keinen Witz. Gut, ich suche mir kurz einen schlechten Witz aus. Okay, ich glaube, ich habe was. Hast du was? Ich habe was. Hast du irgendwelche Wünsche bezüglich? Filter, Schnitt? Äh, nein. Gar nicht. Gar nicht? Darf ich auch sagen, dass das die First Try TikTok Challenge gerade ist? Darf ich nicht? Also, die Leute wissen nicht, worum es geht. Nein, die wissen es nicht. Aber es wird aufs Spiel mit mir hochgeladen und nicht auf meinem, hoffentlich. Ja, natürlich. Okay. Jetzt kommt ein Witz. Also, ich finde den super witzig und ich wollte euch den mal kurz erzählen. Und zwar, der Witz geht wie folgt. Ähm, Kommunikation zwischen zwei Leuten. Sagt der Erste, äh, brauchen Sie einen Kühlschrank? Sagt der Andere, nö. Sagt der Andere dann wieder. Dann komme ich jetzt hoch und hole ihn ab. Versteht ihr? Also, weil er ihn ja nicht braucht und... So, das war meine First Try Challenge. Ich fand's eigentlich... Also, hast du gut gemacht. Ich fand's eigentlich ziemlich gut und ziemlich glaubwürdig. Also, auch wenn der Witze jetzt gar nicht... Also, ich finde die eigentlich schon witzig. Ich muss auch sagen, das hast du ganz gut gemacht. Also, ich finde den eigentlich schon ganz witzig. Ja. Also, verstehst du? Ich hab ihn zwar nicht verstanden. Also, doch, brauchst du einen Kühlschrank? Sagst du, nein, weil du wahrscheinlich schon einen hast. Und dann sag ich, ja, dann komme ich hoch und hole ihn ab. Verstehst du, weil du ja gar keinen Kühlschrank brauchst. Witze wären halt einfach nicht besser, wenn man... Wollte ich grad sagen, aber habe ich damit die erste Challenge geschafft? Ja, es geht noch weiter. Ihr könnt euch jetzt... Ja, du, ich... Aber jetzt ist Bianca wieder dran. Nein. Ihr seid jetzt zusammen dran. Ohhhh. Es wird jetzt... Da kann ich gar nicht gut aussehen, wenn ich hier mit ihren TikTok aufnehme. Es wird richtig hübsch. Doch, ihr müsst jetzt gut aussehen. Jetzt würden wir ja mal schauen, wie fotogen ihr so seid. Und zwar bekommt ihr jetzt von mir einen Filter. Ach, ist das dieses da, wo man sich so bewegt? Ja, genau. Das ist jetzt zusammen. Ja, so... Ganz natürlich. So, okay. Ganz natürlich, oder? Ja, natürlich. Ja. Ich bin witzig, du nicht. Na ja. Und wahrscheinlich kurz zur Info, aber ich weiß wahrscheinlich, wie es läuft. Kommen die Videos alle online, wenn dieses Video online ist. Also, wenn ihr es gerade sehen könnt, dann könnt ihr auch auf TikTok vorbeischauen. Und all die Videos wahrscheinlich sehen, die wir jetzt heute noch aufnehmen werden. Ohne, dass wir irgendwie vorher geprobt haben oder irgendwas. Geprobt? Geprobt. 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 Ach so. Okay. Und wie läuft dieser Filter jetzt? Na ja, ihr müsst da drauf drücken in dem Moment, in dem ihr das Foto machen wollt. Ja, aber das ist doch dann voll doof. Ich dachte, das macht das automatisch. Man sieht was, weil du versucht das zu machen. Ja, warte. Wie? Hals ist so hoch. Ja. Kommst du mit deinen Fingern dann auch da drauf, auch mit dem Daumen immer? Muss ich dann den anderen Finger nehmen oder einfach nach oben immer? Du kannst doch, äh, relativ immer. Also, guck mal. Wir machen einen Timer, ne? Und ich würde, glaube ich, dann später schwarz-weiß machen. Ist ja eigentlich witzig. Ich glaube, das wird automatisch. Das wird automatisch schwarz-weiß, ja. Okay, gut. Wegen den Musikrechten wahrscheinlich kommt gerade eine andere Musik, aber auf dem TikTok könnt ihr das Original-Lied hören. Okay. Ich weiß ja nicht, wann du drückst, aber egal. Okay. Stopp. 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 First try TikTok Challenge. Ja. So, komm, nächstes. Wir sind jetzt noch dabei. Jetzt macht ihr noch ein Bild zusammen. Oh. Ja. Mit einem, äh, sehr freundlich verwendeten Filter momentan. Folgender. Verzerrer. Ach so, ja. Wir können euch aussuchen, was ihr da machen wollt. Das ist da, wo so eine Linie durchs Bild geht. So, das habe ich gesehen, da weiß manche ihren Finger ab. Ja, aber. Wir können euch aussuchen, was ihr da machen wollt. Oh, weißt du, was wir eigentlich machen können? Ähm, wir könnten folgendes machen. Du könntest ja die Kamera halten. Ja, kann ich. Und du könntest mich sozusagen, als ob du mir, also als ob du meinen Kopf und dann gehe ich schnell halt weg. Ja. Und dann kann man meinen Körper nicht mehr sehen. Verstehst du, was ich meine? Versuchen wir das mal. Aber wann, wann weiß ich, wann ich das mache? Ja, aber das ist das Problem. Eigentlich musst du die Kamera umdrehen für uns. Wenn wir das einmal sehen, ein Video. Okay. Also du bleibst die ganze Zeit und ich gehe dann einfach aus dem Bild. Okay, dann musst du. Genau, so umdrehen, dass wir sehen, wann ich auch weg muss. Ja. Okay. Okay. Wichtig ist, äh, achte darauf, dass ich, äh, dass du deine Hand dann wegziehst. Weil für dich ist das genau das Gleiche. Verstehst du? Weil man sieht es ja, man sieht nur den unteren. Aber wenn du weggehst, nehme ich meine Hand. Kannst du ja auch wegnehmen. Dann macht es ja keinen Unterschied mehr. Du musst nur stehen bleiben. Oder bleib einfach stehen. Wir versuchen es einfach. First Try. Hm? Wird's jetzt mal was? Wie lange brauchst du für die Einstellung? Kann ich mal... Gib mal her. Ich muss nur noch auf... Drei. Zwei. Eins. Du darfst nicht weg. Du musst doch bleiben. Du darfst doch nicht weg. Ich hab doch gesagt, du sollst stehen bleiben die ganze Zeit. Du musst nur stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Das war jetzt eure Schuld. Das bleibt jetzt so. Kann ich mir das einmal kurz angucken, bitte? Guck mal. Oh, wie schlecht. Aber lass den Original-Sound mal bitte drinnen. Ja, ja, der Original-Sound. Weil da hör man dann die ganze Zeit, wie wir uns aufbringen. Okay. Also auch das First Try absoluter Fail. Spannwichtiger Fail. Jetzt schon wieder. Ich möchte nicht mehr mit ihren TikTok aufnehmen. Die machte mal alles kaputt. Ja, aber ich hab das nicht verstanden. Du musst... Ich hab doch einfach gesagt, bleib einfach nur stehen. Und ich geh raus und was macht ihr kurz? Ist gar nicht schlimm, weil das nächste TikTok nimmt Bianca alleine. Aber... Ja, endlich! Warte mal hier bleiben. Ja, ich bleib auch hier. Gut. So, ich nimm das auf. Komm, ich nimm das auf jetzt. Was muss ich jetzt machen? Bianca, du darfst tanzen. Das ist ja eigentlich dein Element. Und es ist ja bald Weihnachten. Also, bald. Nicht sehr bald. Aber es ist schon bald Weihnachten. Deshalb wirst du jetzt zu It's beginning to look a lot like Christmas dance. Dafür gibt's einen vorgegebenen Tanz. Okay, wir packen irgendeine... Irgendeine andere Weihnachtsmusik rein. Ach so, und ich muss jetzt einen vorgegebenen Tanz nachtanzen. Ja. Und den darf ich nicht mal üben. Ja. Das ist ja richtig. Also einmal gucken und machen. Boah, ey. Wie lange brauchst du sonst für so einen Tanz? Ja, eigentlich nicht lange. Aber es kommt immer drauf an, was es ist. Okay, ja stimmt. Aber trotzdem mach ich's halt nochmal an, oder? Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Also... Also einmal aufnehmen und gleich posten ist nicht so. Ja, ja, stimmt. So. Was macht sie? So. Warte. Warte, ich muss hier... Hallo. Nein. First Try. Einmal noch. Zwei. Ich hab keine Ahnung, hab ich aufhör gemacht. Ja, aber... Es war in Ordnung. Es war jetzt nicht ganz im Rhythmus, aber ich weiß auch nicht, wie das Lied vorher... Also wie der Tanz dazu war vorher. Ich hab's mir jetzt nicht ganz genau angeguckt. Ich hab's... Ich wusste nicht mal, wie lange das ist. Es ist super geworden. Also ich find's okay. Ich hab's auch geguckt. Ich hab ein Schlimmeres erwartet. Ja, okay. Komm. We'll try. Kann heute nicht besser werden. Ich sag's dir. Oh. Ich geb mir nicht mal die Kamera. Wahrscheinlich bekomm ich wieder das Eklige so. Nö, okay. Friss ne Socke. Erinnerst du dich noch dran, dass du mir mal... dass ich leider so was mal machen musste? So, beim ersten Versuch einen TikTok hochladen. Ja, ich weiß. Mit von dir ausgewählter Musik. Ja. Einfach so ohne Vorlage. Ja. Du machst jetzt dieses TikTok von mir nach. Das... Und... Dein TikTok muss ich komplett nach. Auch diesen komischen Tanz? Ja, genau den. Oh, Mann! Aber da muss ich einmal den Tanz nochmal sehen. Ja, aber du darfst auch nur zweimal gucken. Wie ich? Ja, okay. Was? Ich versteh das nicht. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Ja, keine Ahnung. Warte. Mach mal drei Sekunden. Ja. Aber zum gleichen Lied. Ja. Natürlich zum gleichen Lied. Ja. Ich glaub, so lang war das gar nicht. Oh Mann. Aber war gut. Ich glaub, man hat gemerkt, dass das Daniels Tanz war. Darf ich mir das einmal... Darf ich ehrlich sein? Das ist noch zu gut für Daniels Tanz. Nein. Ich weiß es nicht. Aber, ähm... Ich glaube, so lang war dein Clip gar nicht. Weil ich hatte ja selber... Pass auf. Ich mach das bei dir weg bis zu dir. Ja, genau. Weil ich glaub, bis dahin war's. Ihr könnt den Clip auf jeden Fall sehen. War's das jetzt? Oder kommt noch was? Nein, es kommt noch was. Und Leute, habt Erbarmen mit uns, ne? Also... Aber guck mal, dass sie einen vernünftigen Tanz machen kann und ich deinen komischen... Ja, pass mal auf... Danja-Tanz, ey! Weiß ich. Ja, aber lieber sowas, als wenn du dir auf einmal eine Kurier erörst. Ja, aber dann kannst du dir... Ja, na... Ja. Ihr seid ganz, ganz... Gut, was ist das nächste? Beim nächsten darfst du dir aussuchen, was du tanzen willst. Mehr oder weniger. Ach, bin ich wieder dran? Ihr beide. Ach so, okay. Zusammen tanzen? Nein, nicht zusammen. Du suchst dir einen Song aus der Top 10 Gaming Playlist aus. Okay. Und denkst dir eine Choreografie dazu aus. Okay. Und du suchst dir einen Song aus der Top 10 Hip Hop Playlist aus. Und denkst dir eine Choreografie dazu aus. Und wie lange haben wir Zeit dafür? Jetzt! Okay. Gut. Ihr sucht euch das jetzt aus, sobald ihr den Song... Wir machen einfach Freestyle. Nein. Wo ist denn dein TikTok? Es wird nur gefreestyled. Kannst du dein TikTok bitte öffnen? Sehr gerne. Es wird gefreestyled. Okay. Ich habe was. Und es ist ja meine Choreo, ne? Das heißt, ich darf machen, was ich will. Du darfst freestylen. Ja, deswegen... Nee, du musst ja freestylen. Das ist ja das von... Das ist die Challenge. Kahn hat übrigens jetzt erst die Challenge verstanden. Ja, ich dachte, ich muss das mit Bianca zusammen machen. Nein, du musst es alleine machen. Ach so. Ja, deswegen mache ich etwas, was auch zu mir passt. Wir dürfen jetzt nicht einsturieren und einfach los machen. Den Sound könnt ihr leider jetzt auch nicht mithören, aber wie gesagt, auf dem TikTok-Account. Okay? So, Timer. Drei Sekunden. Nachte. Ich fand das ziemlich gut. Mega. Das war echt gut. Das ging viral. Das ging viral. Das ging viral. Das war mega cool. Ich weiß es nicht. Also das war meine Choreo, weil was anderes... Und das war aus der Gaming, aus dem Gaming-Bereich. Ja, es gibt hier nur noch TikToks beim ersten Versuch, weil die sind echt gut. Ja. Bei den Westen war es peinlich, ne? Das sind Leute, die vielleicht das YouTube-Video gar nicht sehen und sich dann denken, was machen die mit TikToks. Das war jetzt meine Choreo und jetzt kommt Biancas Choreo, würde ich sagen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Bianca hat sich was ausgesucht. Ich möchte dann übrigens, dass ein Filter, also so ein witziger Filter reinkommt. Kann ich ja dann selber bearbeiten, oder? Ja, aber das ist jetzt nicht fair. Wenn ich dann dieses U mache, will ich etwas Witziges haben. Ja gut, first try. First try. Gut, ist okay. Mhm. Ich dachte, das ist schon vorbei, aber nee. Also ich muss sagen, es war ziemlich gut, bis das Licht runtergefallen ist und du nicht mehr weiter wusstest. Ich dachte, das ist vorbei. Ich dachte, das ist in der letzten Szene, aber das war es irgendwie und dann geht es noch weiter. Ich so, ja. Ja, es war aber gut. Ich fand es gut. Es war absolut perfekt. Das Licht ist noch runtergefallen. Ja. Für first try ist das vollkommen in Ordnung. Also ich fand es auch gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Mit solchen Sachen heute. Ich finde aber auch, also jetzt mal ganz ehrlich, ich finde ihr habt das richtig, richtig, richtig gut gemacht. Sehr nett. Weil, ich würde sagen, das nächste Mal macht Danja first try. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich musste ja schon. Das war ja nur meine Rache. Bitte nicht, bitte nicht. Also wir haben gesehen, wo das... Nein, ich fand es gut. Komm, macht mal Schluss jetzt. So. Also Leute, guckt unbedingt bei TikTok vorbei. Ja. Spiel mit mir unterstrich official. Ja. Da findet ihr dann auch die Videos mit dem Originalsound. Ja. Es war absolut fantastisch, euch dabei zuzuschauen. Ihr habt die Challenge super gemacht, finde ich. Ja. Haben wir wirklich sehr gut gemacht, ne? Ich glaube auch. Bisschen auf das mit dem Kopf. Das war ein bisschen fail. Aber ich bin sehr stolz. Kannst du jetzt mal irgendwie... Die ganze Zeit, wenn ich das Licht dran halte, genau dann drehst du wieder um. Achso, du wolltest sie beleuchten? Ja, ich wollte sie beleuchten. Ich hab grad gewundert, was machst du? Disco-Light oder so. Ja, okay Leute. Reicht jetzt, ne? Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich hab ins Licht geschaut. Tschüss. Tschüss. Musik Ah! Man. Ch biết. Ich.